ja und heute im produkt wieder geht es unsere motiv torte piraten mädchen die lustigen ja mit dem smiley und zwar sind in jedem set wieder auch alles was oben drauf ist auf der torte ist mit enthalten wir haben hier die piratin im fass ja hinten ist auch ein schlitz das ist nämlich eine spardose da kann man dann schön auch gleich ein geld geschenk vielleicht ausmachen und noch ein bisschen geld mit reintun wir haben die palmen wir haben vier smiley piraten das sind ringe da können die kinder dann auch wieder mit spielen wir haben das happy birthday schild und wir haben die tollen totenköpfe wieder als zucker konfetti zum drauf streuen obendrauf ja wenn man das ein bisschen realistischer machen möchte kann man hier natürlich auch wieder mit einem airwasch arbeiten man verbraucht auch weniger farbe als wenn man es durchfährt man kann es auch kombinieren wie hier einmal mit gelb den rand vielleicht auch durchgefärbt und den strand und das wasser in der airwasch pistole angesprüht wenn wir hier wieder auch ein bisschen leben reinbringen wollen und realismus reinbringen wollen und gegeben einfach noch ein bisschen dunkle farbe hier noch ein bisschen schwarz mit ein bisschen braun gemischt einmal vorne ein bisschen zu halten dann kann man das schön mischen dann kann man die beiden farbtöne durchmischen und dann können wir mal gucken wenn man eine schöne lampe oder irgendwas zu hilfe hat dann sieht man auch dass ein schatten entsteht und an die stelle kann man dann auch so ein bisschen den schatten ansprühen dann kriegt man ein bisschen tiefenwirkung rein sieht realistischer aus alles was man vom auge her persönlich auch kennt das ganze realistischer und schon haben wir ein tolles geschenk wir haben auch passende tortenkartons und pappen dazu und schönen karton das zeigen wir euch beim nächsten video wenn euch das gefallen hat dann abonniert unseren youtube channel da zeigen wir noch viele tausend andere videos auf facebook immer wieder informiert sein auf dem laufenden bleiben was bei uns abgeht twitter google plus und natürlich wenn euch die piratin gefallen hat mit den tollen smiley piraten dann klickt hier dann seid ihr bei uns auf dem shop und könnt das ganze kaufen wenn ihr andere videos sehen wollt dann klickt er hier dann könnt ihr euch im airwasch angucken und wenn er hier klickt dann könnt ihr sehen wie beim piraten machen